Der Wagen gehört mir genauso wie ihm. Die Dreamkillers werden heute Nacht alles geben und wir müssen das auch. Deshalb sind wir hier. Denk dran, wenn wir das hier gewinnen, muss uns die League eine Chance geben. Aber kein Druck. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Ich liebe den Klang dieses Motors. Danke, Papi. Das nenne ich ein Auto. Oh, du bist so niedlich langsam. Nicht cool. Du weißt, dass ich nur mit dir spiele. Ich glaube, du hast einen Platten. Fahr lieber mal rechts ran. Das sind die Einheiten. Straßenrennen in Edgewood Valley gemeldet. Fahrt Richtung Osten zum Raceway. Solche Fehler können wir uns nicht leisten. Bring das in Ordnung. Lange. Was? Alles klar. Bin unterwegs nach Edgewood Valley. Ok Zentralen, sind auf den Weg. Klingt als bekämpfte Gesellschaft. Du mit dem gelben Camaro! Halt an! Das Arschloch schon wieder? Du mit dem gelben Camaro! Halt an! Hey! Ich kenn dich doch! Der Spiel ist dran oder muss ich dich dazu zwingen? Ich werd durch den Raceway abhauen! Auf unser Rennen? Vergiss es! Dieser Kopf lässt nicht locker! Kannst du mir helfen? Klar! Sitze Crew! Das war's! Wir sind aufgeflogen! Hauen wir ab! Fahr rechts ran! Du kommst noch glücklich davon! Versprochen! Diesen Wagen nimmt mir niemand weg! Tut mir leid, aber ihr zwei müsst euch schon mehr anstrengen! Weg! Ich will nie wieder ohne Auto dastehen! Halt an! Je länger das hier geht... Ich fahr jedoch kein Crashcar! Dein letzter Wagen war schon cool, aber der hier toppen alle! So langsam spürt der Wagen sein, Alter! Sein Kofferraum ist offen! Jetzt reicht's mir! Ich weiß nicht, wie viel mein Wagen noch aushält! Nein! Kommt zurück, ihr! Ich bin gespannt, wie er das erklären will! Du hast mir den Arsch gerettet! An alle Einheiten! Officer Shaw ist verunfallt, es benötigt Hilfe! Halte die Augen nach einem gelben Kamau offen! Das ist unser Stichwort! Ich fahr zurück in die Werkstatt! Komm so schnell wie möglich nach! An alle Einheiten! Ach, das hieß! Mach! Ach, das ist doch wirklich... Wir schauen! Mal geht's, ihr, das gerade... ... hast du auch angenehm? Wir schauen! Mach! Hm! Mach! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Letzte Nacht ist der Kampf zwischen der städtischen Highspeed-Taskforce und der immer größer werdenden Gruppe krimineller Racer eskaliert. Anwohnern bot sich ein bizarrer Anblick, als hunderte Dollarscheine durch den Nachthimmel flogen. Die Taskforce hat nun einige schwierige Fragen zu beantworten. Was letzte Nacht passiert ist, war inszeniert. Ein mieser Versuch, meine Einheit in Verhof zu bringen. Und wieso? Weil wir gewinnen! In den niedrigen Gängen ist er ein bisschen träge. Aber sobald er aufdreht... Mann! Das Ding ist eine Bestie! Okay, du bist sauer. Ach echt? Mira esto. Es tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen. Ach wirklich? Na klar, verdammt! Du hattest kein Recht dazu, Anna. Kein Recht. Ich bin weg. Nein. Er war auch mein Papi, okay? Und falls du es vergessen hast, er wollte, dass dieser Wagen in Renn fährt. Und das war ein Rennen, hm? War es, bis dieser Arsch vom Kopf aufgetaucht ist. Bei dem, was du tust, werden immer Kops auftauchen. Du versaufst dir noch dein ganzes Leben. Nein! Ich werde was aus meinem Leben machen! Ich bin nun mal wirklich gut darin. Gut? Das ist gut? Das sieht aus, als wäre eine College-Abrecherin gefahren, die nichts vom Racing versteht. Das ist echt nett. Ich muss nicht hier stehen und einem Ex-Knacki zuhören, der zu viel Schiss hat, wieder zu fahren. Wir sind Racer! Meld dich bei mir, wenn dir das wieder klar ist. Jetzt weiß ich, wie sich mein Vater gefühlt hat. Brauchst du dabei Hilfe? Dalle. Jeder, die ich kriegen kann. Wir brauchen ein paar Teile. Oh, Mann. Let's Camaro sieht immer noch schlimm aus. Gib also Bescheid, wenn du den Grill hast, ja? Wir brauchen ein paar Teile.